servus leute und herzlich willkommen bei the car trash review herzlich willkommen hier aus spanien ich bin die jesse und habe heute für euch das facelift des mazda 2 mit dabei im modelljahr 2022 heute alles zu dem wissen wollt dann bleibt jetzt gerne dran abonniert auf unseren kanal wird mich tierisch freuen hier gibt es nämlich jeden tag ein video von jan oder von mir hier seid ihr bestens informiert was werden wir gemeinsam machen wir werden über die optik sprechen über den innenraum den kofferraum und hier auch eine kleine runde gemeinsam fahren jetzt dranbleiben und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an kommt mit ja hier vorne angekommen vielleicht erst mal zu unserem kooperationspartner und zwar ist es goleasy was machen die jungs ist eine vergleichsplattform für leasing angebote und die vergleichen für euch und anbietern wie leasingmarkt oder vehiculum und da findet ihr garantiert am besten goleasy preis ein bisschen schade ist dass es den mazda zwar jetzt nur als reinbenziner gibt nicht als plug-in hybrid beziehungsweise als reine e variante aber mazda hat jetzt in kooperation mit toyota dem mazda 2 hybrid auf den markt gebracht der wird dann ab märz 2022 auch bei den händlern zu finden sein das ist quasi einfach nur ein toyota jahres umgelabelt aber auch mazda muss eben was für die emissionen tun und wenn wir jetzt über das facelift hier vorne sprechen was hat sich denn jetzt verändert im modelljahr 2022 sind es ein paar kleine änderungen ist es ein kleines aber sehr feines facelift einerseits sind es neue farben wir haben nämlich das karmicin rot mit neu dabei und hier das platinum quartz was ich wirklich super schick finde das ist so ein gold was jetzt hier auch so ein bisschen glitzert vielleicht auch eher in die richtung beige geht und dann haben wir noch zusätzlich die option eben matrix led leuchten zu wählen serienmäßig bekommt ihr halogen licht mit led tagfahrsignatur optional eben dann auch das matrix led licht mit bis zu 19 led elementen und da ist jetzt die frage was bedeutet das überhaupt ja ihr habt damit quasi ein permanentes fernlicht könnt damit den gegenverkehr abblenden aber auch schilder anblenden und es ist super gut auch vor allem eben für die fahrzeugklasse wettbewerber sind beispielsweise übrigens der peugeot 208 haben wir euch auch schon vorgestellt bei uns auf dem kanal der seat ibiza oder auch der vw polo jetzt sprechen wir aber noch ein bisschen über die front und von vorne finde ich den sehr zurückhaltend ist das kudo design das fließt wir haben jetzt hier eine sehr große chromspange die einmal um den kühlergrill geht aber echt schick aussieht und das innenleben hier da passiert einiges im kühlergrill hier dann noch das dreidimensionale mazda logo vorne und vor allem hier in der farbe und in der kombination mit dem chrome finde ich schon ziemlich gut es gibt auch noch die sonderedition homura da habt ihr viel mehr schwarze elemente außen soll die sportliche variante sein die kann ich euch heute leider nicht zeigen aber hier haben wir auf jeden fall die sportline ausstattungsvariante und die sportline ausstattungsvariante kommt immer mit dem großen der übrigens auch neu ist jetzt im facelift 115 ps starken benziner wenn wir jetzt hier aber an der seite sind sprechen wir vielleicht über die maße und der ist jetzt 4 meter 7 lang 1 meter 70 breit und 1 meter 52 hoch hat ein radstand von 2 meter 57 und ein wendekreis von 10 meter 40 das ist gut das ist vor allem eben ideales fahrzeug für die stadt beispielsweise wir haben jetzt hier 15 bis 16 zoll felgen in der wahl können wir auch mal gerne noch anschauen hier in der sehr zurückhaltendes passend zum kurde design felgenbett in der mitte dann auch noch das mazda logo sie übrigens 16 zöller wir haben jetzt keine plastik beplankung oder so um die räder und hier an der seite auch wirklich alles lackiert ebenfalls lackierte spiegelkappen also die sind jetzt nicht aus dem plastik oder so und hier drumherum dann eben auch noch mal alles lackiert glasdach gibt es nicht aber ihr habt jetzt hier optional auch noch ein keyless go mit dabei könnt also den schlüssel in der hosentasche haben und hier dann einfach nur drauf drücken und dann ganz einfach ins auto steigen den gibt es jetzt auch nur als frontantrieb und eben wie ich euch gesagt habe nur als benzinvarianten einmal mit 75 ps einmal mit 90 ps und einmal eben mit 115 ps und immer nur mit einer sechsgang handschaltung außer die 90 ps gibt es optional auch noch mit einer automatik falls ihr das unbedingt möchtet wenn wir uns jetzt von hinten anschauen haben jetzt hier hinten auch leuchten die eimer hier drumherum gehen haben jetzt hier diese typische runde mazda optik hier unten steht jetzt auch noch mal e sky active g drauf mazda logo hier in der mitte und hier auch noch mal chrome elemente die das ganze noch mal ein bisschen schicker aussehen lassen hier dann auch noch ein unterverschutz und da haben wir sogar ein endrohr was ja ausgespügt ist es nicht jetzt einfach nur so ein endrohr was rausgeht sondern es hat eben noch mal so eine ich sag jetzt mal chrome umrandung und als nächstes würde ich sagen schauen wir uns vielleicht mal den kofferraum an 700 bis 1400 liter fassungsvermögen das ist echt ganz gut schaut vielleicht erst mal hier rein bevor ich da jetzt irgendwas mache das ist jetzt ausreichend für zwei trolleys wir sind damit ja auch hierher gekommen mit unseren zwei koffern schaut mal hier an der seite habt ihr noch so ein kleines licht was ihr an und aus machen könnt dass ihr vor allem nachts eben gut seht und wir machen jetzt mal hier noch schnell die hut ablage weg einmal so einmal so funktioniert relativ einfach man muss tatsächlich echt immer so ein bisschen raus drücken das ist doof mache ich jetzt mal aber mit euch weil ich möchte euch jetzt zeigen wie hier das ganze umgeklappt aussieht genau wir stellen das jetzt mal hin aber eigentlich spielt die musik ja da drin und klappen jetzt mal die rückbank um ihr seht jetzt auch das kann ich die sie von hier hinten machen muss hier einfach nur drauf drücken und dann geht es schon nach vorne auf der seite auch und ja wir haben jetzt hier vorne eine leichte kante wir haben auch keinen doppelten ladeboden der mir rein machen könnte ich habe hoffe ihr habt jetzt richtig gesehen von da innen das ist natürlich zu kritisieren aber eben für so einen kleinwagen ist es absolut in ordnung wie gesagt 700 bis 1400 liter fassungsvermögen jetzt mache ich das hier wieder rein jetzt geht es natürlich auch darum bei einem radstand von zwei meter 57 wie viel platz habe ich da drin das mache ich hier euch mal auf der seite auf klappt das mal wieder hier hoch und gehen auf die andere seite und dann schauen wir mal wieder einstieg ist und vor allem wie ich mich mit meinen 1 meter 64 dahinten wohl fühle ihr seht auch das funktioniert echt super easy das hier hoch zu klappen so einstieg ist okay bisschen bisschen niedrig aber was ich sehr gut finde wir haben jetzt hier total krass gepolsterte sitze hier in der mitte sind sie eher hart gepolstert hier außen aber fast wie so ein kissen total weich hier in der mitte übrigens auch sehr weich hinten drei sitze also man kann auch in der mitte sitzen es gibt drei in raumwelten hier ist jetzt alles aus stoff hier noch mal mit so einem schönen passel beziehungsweise dem schönen dekoelement isofix auch hier auf beiden seiten und man kann auch die kopfstütze in der höhe verstellen ihr seht der platz ist okay für mich da vorne der sitz ist jetzt eingestellt auf meine größe das bedeutet wenn mit dem jan da sitzen würde wäre es wahrscheinlich ein bisschen enger für mich ist aber auch vor allem hier oben genug platz wäre mit ihren hellen himmel ja eigentlich ganz freundlich eine kleine mittelkonsole hier noch in der mitte zu sitzen da wird es tatsächlich ein bisschen schwer werden wenn jetzt mal schaut da haben jetzt auch meine füße leider keinen platz aber es würde funktionieren für kurze strecken schauen wir uns noch ganz kurz die tür hier an hier oben haben wir alles bezogen das ist wirklich gute verarbeitung hier bei mazda hier haben wir dann so ein kleines stoffelement türöffner dieses teil hier finde ich irgendwie gar nicht so schick das hätte man irgendwie anders lösen können das verstehe ich einfach nicht das war jetzt beispielsweise auch bei dem cx5 den wir euch vorgestellt haben leider so ich habe jetzt noch eine armauflage die sehr interessant kudo mäßig geschwungen ist und hier dann auch noch ein bisschen klavierlack und ein elektrischer fensterheber als nächstes gehen wir jetzt aber gemeinsam vor ich mache euch noch die motorhaube auf und dann sprechen wir noch über die motor leistungsdaten die wir jetzt hier haben und vor allem haben wir hier eine mild hybrid was auch sehr interessant ist jetzt gehe ich mal kurz vor macht es euch auf und ich habe ja eigentlich schon ein bisschen was erzählt zu dem motor leistungsdaten wir haben jetzt hier eben ganz neuen facelift in 115 ps starken benziner das sind alles vier zylinder es gibt den auch noch mit 75 ps beziehungsweise mit 90 ps und die 90 ps variante eben mit automatik oder sechs gange handschaltung und ihr bekommt ein 22,5 volt system bei dem 90 ps motor und hier eben bei den 115 ps motor das führt dazu dass wir einen viel besseren verbrauch haben hier in diesem fall nach wltp von fünf liter der 151 newtonmeter maximales drehmoment und es sind knapp über neun sekunden auf 100 wie er sich genau fährt werden wir gleich besprechen ich mache jetzt hier vorne aber erstmal zu wir schauen uns gemeinsam dann noch den innenraum an die sitze vorne das infotainment system das head-up display und anschließend fahren wir gemeinsam mit jan hier noch eine kleine runde und dann gibt es noch ein fazit und ich werde euch versprechen und erzählen was der so kostet kommt mit weiter geht es jetzt hier mit dem innenraum und erst mal ich habe ganz vergessen euch zu sagen dass es ja vier ausstattungsvarianten gibt center line prime line exclusive line und die sports line die haben wir jetzt hier auch drin bei dem 115 ps starken benzin eine andere variante bekommt ihr da leider nicht humor kann ich euch ja auch leider nicht zeigen es gibt drei in welten jetzt hier im innenraum mehr mit der graue stoff sitze die gut gepäußert sind schaut mal wie groß jetzt hier die kopfstütze ist hier haben wir noch mal so ein kleines design element das sieht vielleicht ein bisschen veraltet aus aber hier an der seite ist es dafür umso mehr gepolstert umso besser gepolstert das einzige was ich kritisieren muss hier unten ist es ein bisschen hart der schaumstoff hier drunter das hätte ich mir ein bisschen weicher gewünscht und wenn wir uns jetzt gemeinsam die tür anschauen finde ich die ja sehr kudomäßig die fließt die ist das ganz besonderes wir haben die armauflage und dann noch mal den fensterheber die da so ineinander schwingen was mir nicht so gut gefällt ist die dieser rote knopf da ich finde aber dann umso besser eben den türöffner der in dem krumm da noch mal so hervor blitzt wir haben jetzt da noch mal sehr viel stoff und unten ein bisschen hart plastik da wo dann auch eine flasche platz findet eine große flasche sogar was auch ausreichend platz mit sich bringt hier unten haben wir dann die matzer 2 fußmatte die sieht auch zurückhaltend aus wir haben ein handschuhfach was innen aus plastik ist wir haben jetzt hier auch ausreichend platz aber wo kein plastik ist es jetzt hier im rest vom auto wir haben jetzt nämlich alles bezogen jetzt das aufgesetzte infotainment system was wir gleich besprechen werden so eine kleine chrome leiste jetzt hier zwei lüftungsdüsen die man in die richtung einstellen kann und hier kann man eben auch noch mal eine richtung einstellen und das finde ich schon ganz schön gut und auch hier übrigens wo die knie dann immer ab und zu das fahrzeug berühren ist auch noch alles gepolstert nur hier unten ist ein bisschen haarplastik aber das finde ich überhaupt nicht schlimm chrome jetzt um die sechs ganz schaltung ihr bekommt der leider keine automatik bei den großen benzin aber dafür bei dem 90 ps benzin bekommt der eine hierüber steuern wir gleich das infotainment system hier dann auch noch zwei cup holder und da hinten auch noch mal so ein kleines fach und sehr cool einerseits haben wir hier eben die möglichkeit das hier rauszunehmen können uns selbst strukturieren und andererseits gibt es hier so einen kleinen carbon look was auch ganz schön cool ist was wir jetzt als nächstes machen ist vielleicht dass sie einmal reinkommt und wir besprechen jetzt gemeinsam das lenkrad das ist jetzt sehr rund in der mitte haben wir dann das mazda logo hier unten dann auch noch mal so eine chrome spange dreispeichig da vorne haben wir dann ein kleines tft was wir hier über diesen knopf steuern können und da gibt es verschiedene ansichten unter anderem eben die durchschnittliche geschwindigkeit wie viel reichweite wir noch haben und wie der durchschnittsverbrauch war nein keine angst wir haben keine 7,3 liter verbraucht zwar ein bisschen weniger und hier unten seht ihr jetzt auch noch haben wir beispielsweise eine kamera also eine 360 grad kamera ich habe die euch vorne mal reingemacht wir können wir dann einmal rund ums auto schauen und so uns eben keine felge kaputt machen gibt es dann auch noch eben wieder einstellungen für die helligkeit oder auch eben kontrast färbung und so weiter damit ihr das euch auch so einstellen könnt wir das am liebsten habt hier drüben dann übrigens assistenzsysteme wir haben hier ein abstandsregeltempomat den einstellen könnt als nächstes zeige ich euch vielleicht noch ganz kurz dass sie hier auch noch eine klimaanlage habt ihr einstellen können ganz einfach verdreht regler hier seht ihr dann immer wohl gerade seit temperatur so einstellbar und hier dann von welcher richtung es kommt das ist sehr einfach intuitiv und auch hier haben wir wieder ja diesen carbon look und leider keine induktive ladefläche fürs handy aber wir haben jetzt hier zwei usb anschlüsse und können so das handy eben laden und hier unten ablegen übrigens ab der exclusive line bekommt ihr dann das apple carplay auch wireless mit dabei jetzt sprechen wir über das infotainment system das lässt sich jetzt hier übersteuern wir haben einmal musik home und navigation beginnen wir vielleicht mit der home und ja es ist nicht per touch und ja es ist auch per touch steuerbar aber ich würde es am liebsten hier immer über dieses kleine über diesen kleinen drehregler steuern wenn ich jetzt hier auf home gehe haben wir alles zum thema musik unterhaltung apple carplay android auto wie gesagt funktionieren wenn wir jetzt wieder zurückgehen ich habe ja auch so ein zurück button dafür haben jetzt hier noch alles zu kommunikation können eben das telefon verbinden wie ich euch gerade schon gesagt habe hier ist die navigation das funktioniert auch alles sehr schnell könnt euch das auch hier so in 2d oder 3d anzeigen das ist eigentlich ganz cool und hat hier eben auch noch ein knopf für favoriten und hier ist übrigens auch der drehregler für die lautstärke den fähig nicht so gut weil man da nicht so gut reinkommt vor allem wenn man so nah am bank hat jetzt wie ich muss ich da schon ein bisschen nach hinten greifen ja das ist ein kleiner kritikpunkt was wir jetzt aber als nächstes machen ist gemeinsam mit jan jetzt hier ein bisschen durch spanien fahren und drüber sprechen wie er sich so fährt und ich würde sagen ihr kommt einfach mal mit hallo der jan ist jetzt auch mit dabei bist du müde ich bin kein morgen wenn ich bin ein bisschen beeindruckt wie du das geschafft hast heute morgen schon zu moderieren chapeau dankeschön dankeschön dann schauen wir mal ob ich es auch schaffe so früh am morgen zu fahren wir starten jetzt den motor da vorne fährt jetzt das head-up display hoch ich sehe die information ganz gut sie sind zwar ein bisschen klein aber ich finde so entweder head-up display haben oder nicht haben ich finde haben ganz gut wie findest du es ich sehe es anders also so eine kleine plexiglasscheibe da vorne statement mag ich nicht bei keinem hersteller wenn in die scheibe oder gar nicht schon mal davon ist ein hund der ist so groß für unser auto jetzt fahren wir gemeinsam los das ist echt riesig was ist für ein hund wenn jemand weiß was das für ein hund ist schreibt es in die kommentare ein pudel oder ja und jetzt vielleicht erst mal zur schaltung wir haben jetzt hier sechs gänge es gibt ja optional auch noch die automatik bei dem 90 ps jan hat gestern in seinem cx5 video gesagt dass er findet dass mazda mit die besten schaltung macht ich finde ich auch kann es erklären warum also bmw macht bestimmt knackigere schaltung lambo auch porsche wahrscheinlich auch aber was die hier können von mazda ist die sind sehr smooth die verzeihen viel ähnlich wie ein kübler schläger also ein schläger mit viel zu großem kopf und ja selbst jemand der nicht so gut schalten kann fühlt sich da abgeholt jetzt hat man hier ist jetzt ein krasser bordstein wir haben jetzt aber eine bodenfreiheit von 14 cm 14,7 das ist ganz gut und jetzt schaut mal hier ist jetzt extra am meer für euch ein kleiner sport in dem wir jetzt mal hier den wendekreis testen 10 meter 40 ist sehr gut für die stadt schaut euch das mal an ich komme jetzt hier sehr easy rum auch ein bisschen mutig jetzt aber es passt auf jeden fall fahrradfahrer ja ja auf jeden fall wendekreis passt bremsung passt auch ganz schnell und jetzt beschleunigen wir mal ein bisschen durch ja sind auch schon auf 50 so schnell geht ja die 115 ps sind schon solide die machen schon fern die gibt es jetzt auch ganz neu in dem facelift wie fandest du wie er sich so gefahren auto ist nicht schwer wie nur 1,1 ton etwa ich finde den sehr knackig ich bin hier reingesessen war flink war wendig hat wieder richtig fun beim autofahren ganz ehrlich weil ganz viele leute denken immer ich brauche ein mini city suv was großes was schweres ein porsche cayenne aber so ein kleinwagen eignet sich halt perfekt für die stadt nicht nur weil er halt wendig ist sondern auch schon guten parkplatz findet der wendekreis ist gut man kommt schnell vom fleck und man hat halt auch in der stadt wo man ja viel anfahren viel bremsen muss einen ganz soliden verbrauch stimmt's ja angegeben ist er bei fünf litern wir haben jetzt so fünfeinhalb bis sechs liter gebraucht was eigentlich jetzt gut ist auch wenn der 7,3 vorne auf der uhr steht ist derzeit gewesen weil ja noch mal ein paar drifts gemacht hat mein quad weil er jetzt noch mal ein bisschen frontwheel drift gemacht hat also sechs liter sind eigentlich echt gut so jan will dass ich da rüber fahre und es gibt ja auch noch die hybrid version die jahres hybrid version soll ich es mal kurz erklären mich hat zwar niemand gefragt aber ich hoffe ihr vertraut auf mein expertentum also hybrid was hat man gemacht interessanterweise hat der der toyota jahres in den usa mazda 2 bei mazda wahrscheinlich die bekanntere marke da ist keine ahnung jedenfalls baut toyota ja den jahres als hybriden und ja mazda kauft den wir haben eine kooperation der wird einfach umgelabelt ich glaube wirklich fast sogar die schriftzüge sind gleich nur das logo vorne und hinten ist anders jetzt ist mir eine sache noch ganz wichtig der verbraucher ist so gut plug-in hybride technik ist natürlich sehr teuer das lohnt sich für die hersteller in so einem auto hier nicht wir haben im peugeot 208 zum beispiel ja eine vollelektrische version das macht dann finde ich schon mehr sinn aber bei dem verbrauch hier ist finde ich eine hybride version ist finde ich eine hybride version vielleicht ist sinnvoller oder dann eine vollelektrische für die stadt schreibt uns mal gerne die kommentare was ihr euch dann bei diesem kleinen autos für antriebe wünschen würde oder für dich viele sagen ja diese lohnt sich hier nicht weil man ja sowieso so wenig fährt aber ich finde eben doch dass ich auch ihren diesel lohnen würde gibt es jetzt hier nicht und nee gibt es nicht das finde ich auch schade aber es gibt hier eben diese 22,5 volt bordnetz und das unterstützt beim anfahren und macht den verbrauch eben ja deutlich besser nachhaltiger und vor allem wenn man das so mit der konkurrenz vergleicht auch manche wettbewerbe die ich euch vorhin genannt habe ist er hier schon ganz gut mit den fünf glitern nach wltp hat er hier dieses neue verdichtungsverhältnis von das bessere verdichtungsverhältnis ich glaube schon auf jeden fall ist der verbrauch hier glaube ich fast um 20 prozent besser geworden lenkung ist übrigens auch ganz gut wir haben jetzt hier keine fahrmodi drin aber die ist ja für die city würde ich jetzt sagen ganz ganz easy ist eher komfortabel ausgelegt was würdest du sagen so eine mischung ganz rund die mazdas machen das ja immer generell ganz gut man hat hier kaum verstellmöglichkeiten aber die autos fahrwerk auch gut also keine verstellmöglichkeit aber die autos sind halt sehr rund abgestimmt finde ich einfach so nahezu für jede verkehrssituation alltagssituation gut aber ist immer ein kompromiss ja noch irgendwas wichtiges ich glaube nicht oder noch irgendwas wichtiges 44 liter tank haben wir jetzt hier habt ihr vorne schon gesehen wir haben damit ungefähr eine reichweite von 500 bis 600 kilometer da muss man auch nicht zu oft tanken gehen finde ich ja irgendwie auch wichtig so im alltag 6 liter brauchen ja kommt hin 600 kilometer weit sehr gut okay dann würde ich sagen ja weiter geht es jetzt mit meinem fazit und erst mal schreibt mir gerne in die kommentare was haltet ihr für master 2 ich glaube ihr findet ihn ganz gut weil sonst hättet ihr dieses review wahrscheinlich nicht bis zum schluss geschaut oder ihr wolltet jetzt halt eben noch ein bisschen spanischen strand sehen aber jetzt geht es darum wie ist mein fazit zum macht zwei facelift es ist ein kleines aber sehr feines facelift es ist aber ein sehr solides auto und vor allem ein sehr solider kleinwagen mit allem was ich so brauche und vor allem ist der preis und schlagbar ich werde ihn euch gleich am schluss verraten die neuen farben finde ich sehr schick auch die matrix led funktion ist sehr gut und jetzt geht es natürlich darum warum gibt es eigentlich kein plug-in hybrid in der klasse ja weil es einfach viel zu teuer ist deshalb ist ein hybrid eine gute alternative wie bei dem jahres den wir euch schon vorgestellt haben oder eben auch bei dem master 2 hybrid der ab märz auf den markt kommen wird aber jetzt geht es hier um den preis und der beginnt bei sagenhaften 14.500 euro was wirklich klasse ist hier jetzt mit der großmotorisierung die übrigens sehr viel spaß gemacht hat der bums der ist total ausreichend für den alltag beginnt er bei 22.800 euro in dieser ausstattung das finde ich einen soliden preis für ein solides auto wenn es auch freut ist unser kooperationspartner goleasy was machen die das ist eine vergleichsplattform für leasing angebote und die vergleichen für euch unter anbietern wie leasingmarkt oder auch vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten goleasy preis hier seid ihr aber gelandet bei the carcrush review hier gibt es jeden tag ein video von jan oder auch von mir hier seid ihr bestens informiert abonniert daher gerne den kanal wird mich tierisch freuen dann hoffe ich dass wir uns beim nächsten mal wieder sehen bis dann freunde